Hallöchen Freunde und hier ein kleines Ankündigungsvideo. Ja, ich bin wieder da und das heißt auch das CLP geht weiter. Für alle diejenigen die neu sind und nicht wissen was das CLP ist, das CLP ist das Community Let's Play, was momentan in World of Warcraft stattfindet, das heißt jeder der möchte kann da dann mit einsteigen. Wir sind momentan Stufe 101 und 87%. Ich befinde mich momentan in Eisenschmiede im Bankenviertel und die nächste Aufnahme wird sein am Sonntag, den 12. März um 17 Uhr denke ich mal, werden wir uns treffen. Die alte Bande, wenn da irgendwas dagegen spricht, einfach kurz Bescheid sagen, irgendwie auf YouTube eine Nachricht schreiben oder sowas, dann kann ich das gegebenenfalls dann nochmal ändern. Dann ansonsten 12. März, 17 Uhr in Eisenschmiede und dann gehen wir unseren Weg weiter. Ich freue mich auf jeden Fall und bis dahin wünsche ich euch was. Macht es gut und Tschüssi Kowski! Ich freue mich auf den Zugang! Vielen Dank.